Dies wird kein Krieg, der Helden sein. Mit anderen Worten, das wird ein großer Spaß. Die Welt brennt. Du hast keine Ahnung, wozu der Mensch imstande ist. Wir müssen etwas tun. Ich weiß, du willst kämpfen. Aber es gibt andere Wege, deine Pflicht zu erfüllen. Du brauchst einen Anzug. Komm mit. Wir sind der erste unabhängige Geheimdienst. Wir wahren den Frieden und schützen das Leben. Willkommen im Club. Während Regierungen auf Befehle warten, ergreifen unsere Leute die Initiative. Es ist an der Zeit, der Welt zu zeigen, wie mächtig du bist. Unsere Feinde halten uns für Gentleman. Aber Reputation ist das, was man über dich denkt. Charakter ist das, was du bist. Bewaffnet und bereit. Bewaffnet, ja. Bereit? Tja, wir werden sehen. Das hier wird Fallschirm genannt. Er ermöglicht den gefahrlosen Sprung aus einem Flugzeug. Regierungen aus einem Flugzeug. Die Geschichte Untertitelung des ZDF für funk, 2017